Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 21. April 2023. Was heute wichtig ist, denkt jetzt jeder nur noch an sich selbst? Bei der Bahn und auf den Flughäfen wird gestreikt. Heute geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin ich, Till Schiewitz. Hi! Kurz habe ich überlegt, ob ich den heutigen Tagesanbruch ausfallen lasse. Es wäre das erste Mal seit bald sechs Jahren. Abends zu anständiger Zeit ins Bett gehen, statt mir die Nacht um die Ohren zu schlagen. Wäre herrlich. Wenn alle Welt streiken kann, darf ich das ja wohl auch. Aber am Ende hat dann doch das Pflichtgefühl über den inneren Schweinehund gesiegt. Naja, der Streik. Heute ist es wieder soweit. Die Mobilitätsrepublik Deutschland, sie steht weitgehend still. Zumindest auf der Schiene und in der Luft. Bis mittags läuft der bundesweite Warnstreik bei der Deutschen Bahn und 50 weiteren Bahnbetreibern. Außerdem auf den Flughäfen Hamburg, Köln-Bonn, Düsseldorf und Stuttgart. Die Gewerkschaften wollen deutlich höhere Löhne durchsetzen und das ist auch ihr gutes Recht. Trotzdem bleibt ein fader Beigeschmack. Nicht nur, weil man heute als Pendler oder Passagier mal wieder stundenlang nicht von A nach B kommt, man fragt sich auch unwillkürlich, denkt hier eigentlich jeder nur noch an sich. Denn fördern ist leicht, aber fördern ist schwer. Vielleicht sollten wir angesichts all der Krisen trotzdem eher darauf schauen, was wir Förderliches tun können, um das Land wieder in Schwung zu bringen. Zähne zusammenbeißen, anpacken, ein neues deutsches Wirtschaftswunder schaffen, wenigstens ein kleines. Frage nicht, was dein Land für dich tun kann. Frage, was du für dein Land tun kannst. Das hat ja schon der ehemalige US-Präsident Kennedy gesagt. Pandemie folgen Krieg, hohe Energiepreise, klimaschonender Umbau von Wirtschaft, Wohnen und Verkehr. Die Herausforderungen zurzeit sind riesig. Wollen wir unseren Wohlstand erhalten, müssen wir uns jetzt richtig anstrengen. Der Staat hilft ja schon mit Gas- und Strompreisbremse. Höheren Renten, mehr Kindergeld und manchem mehr. Die Deutsche Bahn muss zweistellige Milliardenbeträge in die Gleissanierung, den Netzausbau, mehr Züge und zusätzliches Personal stecken. Nun auch noch deutlich höhere Löhne. Wie soll das gehen? Zwölf Prozent mehr bei den oberen Einkommen verlangt die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Verdi fordert für Flughafenbeschäftigte im Sicherheitsbereich, in der Passagier-, Personal- und Warenkontrolle deutlich höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit. In beiden Fällen haben die Arbeitgeber bereits große Zugeständnisse gemacht. Doch die Gewerkschaften wollen noch mehr. Mehr, mehr, mehr. Ist das das neue deutsche Mantra? So wird es schwer, durch den Krisensturm zu kommen. Manchmal wünsche ich mir den Geist der Nachkriegsjahre zurück. Da haben die Leute die Ärmel hochgekrempelt und angepackt, statt in schwierigen Zeiten hohe Forderungen zu stellen. Finde ich bewundernswert. Deshalb ist der Tagesanbruch heute Morgen doch noch pünktlich in ihrem Posteingang gelandet. Was heute wichtig ist. Vorsicht Blitzer! Bahn und Flughäfen werden bestreikt, dann eben schnell das Auto nehmen? Grundsätzlich ein nachvollziehbarer Gedanke. Nur mit den Wörtchen schnell in Verbindung mit Fahren sollten Sie heute besonders vorsichtig sein. Denn fast alle Bundesländer, bis auf Berlin, Bremen und das Saarland, beteiligen sich am Blitzer-Marathon. Urteil zur Todesfahrt. Im Juni vergangenen Jahres raste ein 29-jähriger Amok-Fahrer nahe des Berliner Breitscheidplatzes in zwei Fußgängergruppen. Bereits kurz nach der Todesfahrt beantragte die Staatsanwaltschaft die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Klinik. Da er laut eines Gutachtens an einer chronischen, paranoiden Schizophrenie leide und nicht schuldfähig sei. Heute Mittag will das Landgericht Berlin sein Urteil sprechen. Klimanotstand. Höchstwerte bei der Erwärmung der Ozeane, beim Abschmelzen der Alpengletscher und beim Anstieg des Meeresspiegels. Bereits in ihrem vorläufigen Jahresbericht für 2022 vom vergangenen November listete die Weltorganisation für Meteorologie bedrohliche Entwicklungen auf. Heute präsentiert sie nun den vollständigen Report. Und was ich Ihnen heute besonders empfehle, bei uns nachzulesen, ist ein Text über eine kleine Kennzahl bei E-Bikes, auf die Sie beim Kauf aber unbedingt achten sollten. Den Link zum Text, den finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auch auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. In unserer Wochenendausgabe sprechen wir diesmal über eine Veranstaltung des Lobbyverbands der Familienunternehmer und damit verbunden auch über die Frage, wie viel Macht denn Lobbyverbände wie dieser in Deutschland haben. Und mit dieser Ankündigung verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.